Hallo, das Dursöhnchen hier. Wie geht's euch? Gut? Finde ich gut. Nein! Ah! Ich muss mich einspielen. Moment. Au! Nein! Au! Au! Ja! Nein! Ja! Nein! Au! Au! Nein! Ah! Kam schon! Kam schon! Yay! Also wir waren jetzt mal hier. Das ist Robotica Farms. Hier waren wir stehen geblieben. Ja, wir spielen immer noch Spyro. Geh weg, du Fie. Und ja, wir haben jetzt mal vorne alles eingesammelt. Ja, wir haben jetzt mal vorne alles eingesammelt. Und ja. Jetzt wollen wir weiter alles einsammeln. Achso, mir ist BTV. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erwähnt. Mir ist eingefallen, was wir hier alles machen müssen. Also wir müssen und das ist so cool, noch ein Leben. Also wenn wir nicht genug davon hätten. Ähm, mir ist eingefallen, dass wir müssen später, ich glaube, Kreden, Rahm oder irgendwelche Vögel verscheuchen. Ja, wir sind hier auf einer Farm. Wir spielen Vogelscheuche und so. Wisst ihr doch. Okay. Moment. Moment. Ähm. Schießt ihr auf uns? Schießt ihr auf uns? Bin gerade total verwirrt. Äh, Junge, so triffst du Nina. Haben wir ihn tot gemacht? Ja, wir haben ihn tot gemacht. Komm, geh mal da rüber, Spyro. Spyro. Nein! Wieso bist du so doof? Du kleiner, kleiner Drache. Komm her. Nein. Kamera. 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 Ich heirate dich, wenn du endlich mal mein Freund sein willst. Okay, das war übertrieben. Okay. Kamera, du kriegst Kekse, wenn du endlich mal mein Freund bist. Oh, die Kiefer schreit immer so, wenn sie umgedreht sind. Au. Merke, man darf nicht zu nah an die Dinger hier ran. So. Bams. Na. Okay. Wer ist doof? Ich? Nein, ich bin nur dooflich. Ich weiß, ich bin doof. Und dooflich. Und alles in ein. Und tollpatschig. Und ey, ey, bitte. Und komisch. Und Let's Player. Ich will da durch. Ich will da durch. Ja. Yay. Yay. Ähm. Ähm. Okay. Ich überlege gerade, wie kriegen wir das tot? Irgendwo da oben muss eine Rakete sein. Nehme ich einfach mal an. Und Bams. Bams. Oh no, du bist ja schon tot. Boah. Boah. Ich weiß nicht, ob wir von dem Ding zerquetscht werden können. Ich glaube, das können wir nicht, aber ich würde es nicht riskieren fast doch. Und das Wasser hier ist elektrisiert. Falls ihr das... Seht ihr das schlimmer? Ja? Es ist elektrisiert. Also da würde ich am besten nicht reinfliegen. Dabei mag ich Wasser doch so. Und Bams. Baby. I've killed you. So. Genau das hier habe ich gewalt. Das hier ist richtig Hölle. Weil... Das ist einfach eine Scheiße. Das ist wirklich einfach eine Scheiße. Oh, wir haben... Da ist nur noch einer und... Yay! Wir haben sie totgekriegt. Ja, wir haben sie totgekriegt. Nur mal wollte ich für immer auch 10 Stunden. Ich bin toll. Nein, wir sind toll. Es tut mir leid. Das war's? Ich dachte, da kommen nochmal welche. Habe ich eigentlich alle Ehelstelle hier drüben eingesammelt? Warum ist alles auf einmal so einfach geworden? Das ist doch langweilig. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr ärgern. Ach manu. Ha, es hält an. Wir sind... Wir sind so cool. Es hält für uns an. Ah, ihr habt ja gesehen, ich war gerade unten drunter. Aus Versehen. Ähm. Ah! Hiwi! Hier drüben war es, oder? Ja. Hiwi! Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. Genau, wir hatten doch gesagt, welche Edelsteine was sind. Okay, also. Die Roten waren Rubine. Die Grünen waren Smarakter. Die Lila waren Amethyster. Die... Ähm. Die Gelben waren Zitrine, oder? Ja, genau. Das sind Zitrine. Die Gelben waren Hilfe. Die Gelben waren Zitrine. Die Pinken, die man nicht allzu oft sieht. Also die 25... Aua. Die 25er. Das ist... Dafür hatte ich noch... Dafür... Es gibt einen Stein, der ist... Der ist Gelb. Nein, ich glaube immer, der ist Pink. Und ich weiß nicht... Vor der Opale war es nicht, die sind eher Orange. Also... Ja, ich kenne mich eigentlich mit Edelsteinen aus, aber... Ah, genau, ich weiß wieder, was das war. Es war ein Saphir. Es gibt Saphire, die sind Pink. So wie es blaue Saphire gibt es auch pinkene Saphire. Ob es mir glaubt oder nicht, ihr könnt gerne nachgucken. Es gibt auch London-Blaue oder Schweiz-Blaue-Topas. Also... Da gibt es so viele verschiedene Steine. Da blickt man eigentlich gar nicht mehr durch, wenn man... Wie ich nicht eine Mom hat, die wirklich... 24 Stunden am Tag Juwelotifah gucken könnte. Also... Ja. Steinchen angucken und so. Ah, wie komme ich nochmal da oben hin? Ah, genau so. So, wir wämsen diesen Käfer weg. Ey, ich sagte, wir wämsen ihn weg. Oh. Okay, wir wämsen ihn doch nicht weg. Doch, wir wämsen ihn weg. Achso, übrigens, wir können da oben drauf gehen, aber es bringt uns, glaube ich, gar nichts. Ja, genau. Das kenne ich noch aus Bauer 1. Diese Blockade. Du kannst nicht aus dem Level... Ah, ha, ha, ha. Boah, ha, ha. Ja. Ich hasse sie. Wirklich. Ernsthaft, ich hasse sie. Wisst ihr was? Was mir gerade aufgefallen ist? Ich kann überhaupt nicht böse lachen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin das Gegenteil von böse. Ich bin... Ich bin... Ich bin lieb. Nein. Ich bin böse. Abgrundtief. Nein, ich bin nicht lieb. Nein, ich weiß es nicht. Was bin ich? Sag es mir. Sag es mir. Ich bin aufgedreht. Ich bin immer so aufgedreht. Besonders beim Zocken. Sterbfieb. Cool. Du bist tot. Und jetzt? Ähm... Edelsteine, 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 Edel, 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 Edelsteine. E-äh... Sterb, Schaf. Sterb, sterb. Okay. Das hier heißt für mich jetzt... Wir haben das Level geschafft. Aber halt noch nicht 100%. So. 63 Kugeln. Wir könnten das jetzt noch in diesem Video schaffen, aber... Nein. Das Leben will nämlich immer ein Streich spülen. Und der wird gleich kommen. Weil... Moment. Ich muss da rüber. So. Ah ja, genau. Das gibt es ja auch noch, dieses Ding. Wir schaffen es definitiv nicht. Also, was wir hier machen müssen, ist... Gut, schon verpasst. Wir müssen diese ganzen Kürbisse hier umrennen. Wirklich. Und dann am besten nicht die Edelsteine verpassen. Also, wir schaffen das nicht mehr... In diesem Video. Aber das ist mir egal. Das ist mir ja sowas von egal. Shit. Oh, guck mal, guck mal. Wir haben die Flasche gefunden. Die wollte ich gerade eben suchen gehen. Okay, das ist auch nicht weiter. Können wir jetzt wirklich runterspringen. Also, wie ihr euch denken... Au. Shit. Ich bin doof. Wie ihr euch denken könnt, wird sie wieder... Was? Wo ist denn... Also, wie ihr euch denken könnt, wird sie wieder... Ganz am Anfang... Ah, da ist es ja. Wird sie wieder ganz am Anfang sein. Aber das ist nicht... Heute nicht so arg schlimm. Ich kann euch gleich zeigen, warum. Wo ist das? Wo könnte das sein? Ich nehme mal an, irgendwo da vorne. Aber ich bin mir nicht... Kann man hier hoch? Ja, kann man nicht. Ich bin heute... Nein, das war nicht hier vorne. Nein, wo war es denn? Ähm... Ah, so genau. Hier können wir wieder hoch, aber... Wo war das denn? Oh, wir haben eh schon vergessen. Oh, ich bin verwirrt. Tut mir leid. Ich bin gerade total neben der Spur. Wemms. Und... Das kann aber doch nicht jetzt nicht hier oben sein. Hä? Ich bin... Ähm... Verwehrt. Okay, ich mache hier einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Also, ähm... Bis gleich.